moin der 26 insekten jetzt schon ganz gut gewesen aber noch nicht gut genug also wir haben wie gesagt noch jetzt 23 47 packs und sind immer noch auf der suche nach dem arceus in gold ansonsten haben wir schon sehr sehr viele sachen gezogen es fehlt noch elf karten dann habe ich das master set mal schauen vielleicht haben wir heute ja noch glück wir haben ein europ ein ordentlicher und dort weg habe ich zwar schon und ich glaube mega den mist drin zu sehen hier in der mitte aber na ja immerhin ein tod weg dann bis morgen freunde macht's schön gut tschüss